Hallöchen und herzlich willkommen. Weiter geht's mit FIFA 16 Ultimate Team. Wir zocken heute gegen Dortmund. Ich bin natürlich gespannt, was da so geht. Wird auf jeden Fall ein harter Brocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, haben wir ein Glück. Richtig Schweineab. So, dann fangen wir einfach mal an und gucken, was so geht. Teichgräber. Zeke Roberto. Jetzt mit Gitaria. Oha, guter Laufpass. Das ist auf jeden Fall ein harter Brocken hier. Komm, den müssen wir uns wiederholen. Schöne Ding, wenigstens kein Öl, weil ich hab schon ein bisschen geschwitzt. Jetzt könnte der Pass kommen. Ja, genau. Ey, haben wir ein Glück, Junge? Was mehr Glück im Abschluss und das Ding wäre drin gewesen. Waldschmidt. Barnes. Nun, Aubameyang. Sieht aus, Aubameyang, Tierkollega. Weigel. Jetzt Obermeer. Gündoar. Oha, ein bisschen weiter der Pass. Und Kagawa. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Waldschmidt. Gut, Halbzeit. Mann, Mann, Mann. 0-0. Bittere Aktion. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie noch ein Tor hier auf Tasche kriegen. Irgendwie noch ins Rindballern können. Aber werden wir sehen, müssen wir gucken. Zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Oha, jetzt ist alles offen. Ey, du Bauer, Alter. Junge, Junge, Junge. Voll im Weg gestanden. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Mann, Alter. Wir brauchen noch ein Tor. Ganz wichtig. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da sollte der Engliani hinkommen. Das sollte eigentlich ein flacher Pass werden. Aber gut. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Oha, oha, oha. Oha, Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt, würde ich sagen. Aktuell steht es unentschieden, ob die Auswechslung daran was ändert. ... Jetzt könnte es gefährlich werden. Der pass spielt er gut. Oha, schönes Ding, richtig Schweineamt, krasse Sache, heftige Ding, wenigstens sollten wir noch einen Punkt kriegen, das wäre auf jeden Fall wichtig, für uns werden wir sehen, müssen mal gucken, was wir hier in 19 Minuten bekommen, ob wir noch einen Rind kriegen und die Niederlage irgendwie, naja, perfekt machen will ich nicht sagen, aber na, werden wir sehen, ey, was macht der denn, der soll einen weiten Abwurf machen, der Vogel, ey, hör doch mal auf, das kann er ganz sicher besser, sage ich, Roberto, abseits, aber Freistoß, gut, okay, ah, ist der 90. Ich hoffe, dass wir keinen mehr Rind kriegen, naja, okay, ist ein 0-0 geworden, schade eigentlich, aber können wir nun nicht ändern, bittere Aktion, aber wir hatten noch nicht wirklich eine Torchance, von daher, würde ich sagen, ist jetzt schon verdient, so, wir gehen erstmal auf weiter und sind doch erstmal durch, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, ich wünsche euch was, bis dann, tschüss.